Drei von den sechs angesprochenen Verkaufstreibern beim Bitcoin aus unserem letzten Video sind aktiv geworden. Mit unter anderem Mt. Gox, der jetzt angeblich innerhalb von kürzester Zeit auch weiteren Milliarden schweren Verkaufsdruck ausüben soll. Unabhängig davon ist der Bitcoin unter die 40.000 Dollar Grenze gefallen, hat knapp sogar 38.500 Dollar berührt. Weshalb wir uns in diesem Video einmal anschauen, was im Detail, in der Detailanalyse in diesem Moment passiert ist beim Bitcoin, was zu diesem Abverkauf geführt hat und wie die ausstehenden Verkaufstreiber wie beispielsweise Mt. Gox oder die US-Regierung zu bewerten sind, inklusive dem meiner Meinung nach aktuell wichtigsten Verkaufstreiber, auf den aber keiner schaut. Gefolgt von einer letztlichen Einschätzung, wie tief der Bitcoin eigentlich fallen kann. All das im heutigen Video. Ich würde sagen, let's do this! Also erstmal vorab, Freunde. Super Dankeschön von mir an dieser Stelle für eure Unterstützung auf das letzte Video. Über 10.000 Likes, die wir da geknackt haben und interessanterweise, als hätten wir wirklich eine Glaskugel, haben sich von den Verkaufsgründen, über die wir im letzten Video gesprochen haben, bisher drei schon aktiviert. Da werden wir im Detail mal reinschauen. Vorher nochmal ganz kurz die Erinnerung der Hoss Clips-Wettbewerb, bei dem jeder teilnehmen kann, wenn er Kurzclips erstellen möchte von meinem Content und sich an einem Gewinnpool von jetzt aktuell 5.600 Dollar, also 100% der AdSense-Einnahmen, beteiligen möchte. Läuft weiterhin. Wir haben die Schwelle für den kleinen Pool auf 100.000 Klicks angehoben und beim großen Pool auf 500.000. Dadurch wird es zwar weniger Gewinner geben, aber der Gewinn wird unter den Gewinnern deutlich größer. Da gab es einfach im letzten Mal so viele Gewinner, dass wir gesagt haben, ehe jeder irgendwie 30 oder 100 Dollar kriegt, ist es besser, wenn die einzelnen Personen dann potenziell einen größeren Gewinn bekommen. Link dazu inklusive Regeln und so weiter ist alles verlinkt unten. Aber jetzt würde ich sagen, kommen wir zum Video. Drei unserer sechs Verkaufstreiber haben sich bereits aktiviert. Der erste von dem ganzen GBTC läuft nach wie vor weiter an. Da schauen wir einmal rein, denn wir haben den bisher größten Abverkauf bei GBTC auf den Tag betrachtet in Höhe von 640 Millionen Dollar erreicht. Der nächste Verkaufstreiber FTX hat sich tatsächlich früher als erwartet bestätigt. Wir haben ja im letzten Video darüber gesprochen, dass sie GBTC halten. Auch da gehe ich als nächstes drauf ein. Und Mt. Gox, da gibt es jetzt Neuigkeiten. Auch der Verkaufstreiber, den viele immer wieder vergessen, der dann mal wieder kommt wegen den ganzen Schlagzeilen und dem ganzen Clickbait. Da gibt es jetzt anscheinend wirklich Updates. Danach schauen wir uns in einer Detailanalyse einmal an, was beim Abverkauf beim Bitcoin hinter den Kulissen passiert ist. Das heißt nicht nur auf dem Chart, Kurs geht runter, sondern in Sachen Hebel, in Sachen Funding, in Sachen Spotvolumen. Dann werfen wir einen Blick auf die restlichen Verkaufstreiber, wie beispielsweise die US-Regierung, die ja auch einen milliardenschweren Bitcoin-Betrag hält, wie wahrscheinlich da ein Abverkauf ist. Und am Ende komme ich darauf zu sprechen, wie ich meine, was der aktuell wichtigste Verkaufstreiber ist, auf den aktuell keiner achtet, der noch potenziell passieren kann. Auf den Verkaufstreiber, der aktuell schon besteht und vermutlich der Einfluss stärkste ist. Und wie tief ich glaube, der Bitcoin letztendlich maximal fallen kann und sollte. Ich würde sagen, fangen wir da mit dem ersten Verkaufstreiber an und zwar Grayscale und ETFs. Da werfen wir mal einen Blick auf die Zahlen. Ich habe es ja gerade schon gezeigt, es war der negativste Tag, der siebte Handelstag. Wir haben jetzt genau eine Woche Handel von den ETFs gehabt. 640 Millionen Dollar Abflüsse bei Grayscale. Insgesamt konnten die Zuflüsse an diesem Tag auch leider wieder nicht den Abflüssen entgegenkommen. 87 Millionen Nettoabfluss, was trotzdem eine gute Summe ist an Betracht dieser 640 Millionen von Grayscale allein nicht. Das Fazit nach einer Woche ist aber eigentlich positiv. Ich habe hier mal fünf Stichpunkte zusammengefasst. Am siebten Tag gab es 87,5 Millionen Dollar Nettoabflüssen bei den ETFs. Ja, habe ich ja gerade schon gesagt. An drei von sieben Tagen hatten wir Nettoabflüsse. Das heißt aber immer noch vier von sieben Tagen positiv, was auch etwas Positives ist. Am Ende steht ein Nettozufluss von über knapp einer Milliarde Dollar seit Launch. Ja, wir sind immer noch positiv seit Launch. Das heißt, dass die ETFs seit Launch immer noch einen positiven Einfluss hatten. GBTC hat 3,4 Milliarden Dollar verkauft. Zieht man die eine Milliarde von der FTX Insolvenz ab, da haben wir im letzten Video darüber gesprochen, und es hat sich jetzt tatsächlich bewahrheitet als einer der Verkaufstreiber, kommen wir gleich darauf zu sprechen, dann wären es zwei Milliarden Dollar Zufluss. Und fünftens, insgesamt besitzen die neuen ETF-Anbieter jetzt ohne GBTC bereits mehr als 100.000 Bitcoins. Also insgesamt ein positiver Start. Das sieht man auch hier in diesem Chart, da sieht man einmal die ETF Holdings Overtime. Da sehen wir seit Anfang, wo es nur GBTC gab, jetzt trotz der Abflüsse und trotz des Marktbestandes von GBTC, der geringer wird, ein insgesamt positives Ereignis. Das Ganze geht leicht nach oben, was eben dafür spricht, weil eine Milliarde Nettozufluss. Um genau zu sein, wir können hier einmal reinschauen in die Zahlen, 1,088 Milliarden gesamt positiver Flow nach den Abflüssen von GBTC in die ETFs reingeflossen sind. Weshalb ich auch zu diesem Tweet dazu geschrieben habe, es besteht aktuell zu viel Fokus auf die ETFs und zu wenig Fokus auf die eigentlichen Verkaufstreiber beim Bitcoin, denn die haben bisher einen positiven Einfluss gehabt, wenn überhaupt insgesamt positiv mit GBTC zusammen. Und das hat auch so einmal der US Head of iShares Products von BlackRock, beziehungsweise hier die Frau Rachel Aguirre, bestätigt. Sie sagt, bei Every Measure, also nach jeder Messung, war der ETF-Launch super erfolgreich und wir haben aus vielen Richtungen ein starkes Interesse gesehen. Also auch verschiedene Parteien, die einkaufen, nicht nur ein Kunde oder eine Kundenpartei oder alte GBTC-Kunden, die hier rüber gehen. Das heißt, unser erster Verkaufstreiber, der aktuell aktiv ist, hat bisher aber noch keinen negativen Kurseinfluss auf den Bitcoin gehabt, denn alle Bitcoins wurden jetzt immer noch nach sieben Tagen erfolgreich positiv absorbiert. Grayscale bleibt natürlich weiterhin ein potenzieller negativer Verkaufstreiber, vor allem, wenn der Trend so weitergehen sollte und es immer mehr zu roten Tagen kommt, an denen die anderen ETFs das nicht komplett absorbieren können. Aber zu der Einschätzung dahingehend kommen wir dann später, wenn wir uns zusammen anschauen, wie tief es eigentlich noch fallen kann. Dann der nächste der drei Verkaufstreiber, der sich aktiviert hat, habe ich ja gerade darüber gesprochen, FTX. Und zwar hat sich herausgestellt, dass eine Milliarde Dollar der Grayscale-GBTC-Verkäufe von den Überbleibseln der FTX-Insolvenz stammen. Das bereits jetzt schon, wir haben es im letzten Video angesprochen, dass das Ganze besteht. Hier noch einmal gezeigt, FTX hat 22,28 Millionen der Aktien gehalten. Das war hier damals am 25.10. noch 600 Millionen wert. Jetzt waren es eine Milliarde und diese wurden jetzt bestätigt, einmal hier durch Coindesk liquidiert. Das heißt, ein Verkaufsdruck weniger und das habe ich auch dazu geschrieben. Das sind positive Nachrichten, was eventuell auf eine schnellere Entspannung bei GBTC, weil ein großer Verkäufer schon mal rausgenommen wurde, deuten könnte. Und auch für uns FTX-Gläubiger, die die Geld bei FTX verloren haben, ist das ein positives Signal, weil wir immer näher und näher dem Ganzen kommen, da potenziell 100% unseres verlorenen Geldes zurückzubekommen. Natürlich erst, sobald der Insolvenzprozess abgeschlossen ist, aber hier ein gutes Zeichen. Jetzt der dritte Verkaufstreiber, der sich aktiviert hat, Mt. Gox. Die immerkehrende, wiederkehrende alte Leier. Wann endlich werden diese Bitcoins liquidiert? Die Börse, damals insolvent und pleite gegangen nach einem Hack, hat und hält jetzt im Insolvenzprogramm 5,44 Milliarden Dollar an Bitcoin. Bitcoin 137.000, habe ich ja im letzten Video erwähnt, war einer unserer Verkaufsgründe. Da habe ich noch gesagt, eine Verteilung ist vor dem dritten Quartal möglich, sofern wir nicht wieder Verzögerungen kriegen. Und jetzt haben wir, kurze Zeit später, einfach mal Neuigkeiten bekommen. Und zwar stammt das von einem Subreddit, Mt. Gox Insolvency, wo die ganzen Gläubiger die ganzen Updates zu Mt. Gox posten. Und da gab es jetzt seitens Mt. Gox eine Bestätigungs-E-Mail für die Zahlungsadressen von Bitcoin oder Kryptobörsen. Die Mt. Gox Gläubiger konnten sich nämlich auswählen, ob sie ihren Claim auf eine Bitcoin-Zahlungsadresse oder auf eine Börse zurückkriegen wollen. Das wurde jetzt bestätigt mit einer E-Mail. Und es gab tatsächlich sogar, das habe ich auch schon gepostet, einzelne Auszahlungen. Die Gläubiger konnten sich nämlich aussuchen, ob sie in Coins zurückbezahlt werden oder in einem Banktransfer. Und da haben jetzt einige, beispielsweise aus Japan oder hier beispielsweise auch auf ein portugiesisches Bankkonto, bereits ihre Rückzahlungen bekommen scheinbar. Auch hier in Polen sehen wir hier, vor 20 Stunden hat es jemand gepostet, der es scheinbar zurückbekommen hat. Diese Auszahlungen sind nicht in Bitcoin. Der Teil ist hier in Dollar bzw. Cash aufs Konto. Die große Frage bleibt, was passiert mit den 137.000 Bitcoin? Da erstmal Entwarnung. Nein, es hat sich da noch nichts getan. In der Wallet, wie ihr hier einmal erkennen könnt, bei den Outflows, sehen wir, war die letzte Transaktion vor 5 Jahren, was Bitcoin angeht. Also da hat sich noch nichts auf der Chain bewegt. Und auch in Sachen Rückzahlung gab es bereits verschiedene Deadlines für die verschiedenen Börsen, auf die die Mt. Gox-Gläubiger ihre Bitcoins zurückkriegen können. Von beispielsweise 60 Tagen nach Einzahlung bis sogar 90 Tagen oder sogar nur 14 Tagen. Das heißt, durchsichtig ist das Ganze absolut nicht. Es gibt auch hier noch keine so richtige zeitliche Einschätzung, die man als akkurat bezeichnen würde. Das Ausmaß kann man auch nicht akkurat einschätzen, denn ein Großteil dieser Bitcoins wurden vorzeitig, was die Claims angeht, von Unternehmen abgekauft zu einem geringeren Cent-zu-Dollar-Betrag. So etwas ähnliches hatten wir bei FTX auch. Da habe ich gesagt, Leute, verkauft eure Claims nicht. Aber auch hier muss man sagen, die Unternehmen, die die Claims gekauft haben, angenommen, sie haben die Claims deutlich, deutlich geringer gekauft, haben diese ja gekauft, um sie am Ende des Tages im Profit abzustoßen. Das heißt, es wird auf jeden Fall Verkaufsdruck auslösen beim Bitcoin. Die Frage, wann, kann aktuell nur keiner beantworten. Mit der E-Mail jetzt hier scheint es näher und näher zu rücken, dass es in den nächsten Quartalen passiert. Mich würde es jetzt überraschen, wenn das Ganze morgen passieren würde. Muss es nicht, wird es auch sehr wahrscheinlich nicht. Es wird wahrscheinlich noch mal ein paar Monate rauszögern. Zusammenfassend, wir haben da jetzt immer noch keine genaue Timeline und es hat sich auch noch nicht bewegt. Aber man kann auf jeden Fall zusammenfassen, dass dieser Verkaufsgrund hier aktiver geworden ist. In der Abwärtsbewegung von Bitcoin, jetzt von den 42.000 auf die 38.000, scheint aber keiner dieser Verkaufsgründe bisher Einfluss gehabt zu haben. Und deshalb dachte ich mir, analysieren wir einmal hier zusammen im Detail, was hier eigentlich genau passiert ist beim siebten ETF-Handelstag und jetzt beim achten ETF-Handelstag. Und zwar ging das Ganze hier zu unserer Zeit, zur deutschen Zeit, abends am 21. Januar bzw. nachts um Mitternachts am 22. Januar los. Wir haben hier einen Spot-Abverkauf gesehen. Ich habe es euch hier unten einmal markiert, wo ihr sehen könnt, viel Spot-Volumen lässt sich auch auf anderen Tools noch mal besser tracken, was den Kurs nach unten bewegt hat. Und im gleichen Zeitraum haben wir beim Open Interest, also bei der Gesamtsumme an aller gehebelten oder Futures-Positionen, einen Anstieg gesehen, davon auszugehen, dass hier positiver Hebel in Sachen Long-Positionen dazugekommen ist. Das Ganze hat sich dann so zwischen 15.30 Uhr und 18.30 Uhr zum Start des siebten ETF-Handelstags aufgespitzt. Ihr seht, hier ist das Open Interest auch weiter angestiegen, während das Funding extrem positiv gegangen ist. Das Funding ist positiv, wenn die Differenz zwischen dem Futures-Preis und dem Spot-Preis positiv ist. Das Funding ist negativ, wenn das Ganze umgekehrt der Fall ist. Das heißt, wenn der Markt zu Bullish ist, der Futures-Markt und zu viel Hebel Bullish ist, dann haben wir sehr, sehr positives Funding, um den ganzen gegenzuwirken, damit die Long-Positionen die Short-Positionen zahlen und die Market-Maker dazukommen, um das Ganze auszugleichen. Worauf das also für uns hindeutet, ist, dass hier sehr, sehr viele Long-Positionen dazugekommen sind, woraufhin dann gegen 19 bis 21 Uhr ein großer Spot-Abverkauf, also echte Bitcoins, die hier verkauft wurden, dann eine Kursbewegung nach unten ausgelöst hat, die dann eine Kette an kaskadierenden Liquidationen ausgelöst hat. Wir haben hier 600 Millionen an Open Interest Abfall gesehen. Der Kurs hat sich drastisch nach unten bewegt auf die 39.400, hat sich dann kurz erholt auf 40.000 und dann mit einer Rejection sich wieder nach unten bewegt. Zu diesem Zeitpunkt war der Handel bereits an der Börse geschlossen. Dementsprechend ist hier nicht viel passiert. Ihr seht, dass Open Interest ist gar nichts dazugekommen. Der Kurs hat sich so leicht nach oben wieder bewegt. Ehe dann vor dem achten Handelstag, jetzt heute, ein ähnliches Szenario passiert ist. Ihr seht hier unten wieder Spot-Abverkaufsdruck. Der Kurs bewegt sich nach unten. Das Open Interest wieder leicht am Ansteigen, das heißt Hebel, der dazukommt, während der Kurs weiter am Abfallen ist. Jetzt aber heute am achten Tag, dann beim Handelsstart, positiver Kaufdruck dazugekommen. Vermutlich durch die ETFs, was den Kurs jetzt erstmal wieder hier von diesen 38.500 Dollar leicht nach oben angehoben hat. Das heißt, zusammenfassend lässt sich ganz klar sagen, der Bitcoin wird aktuell Spot-Abverkauft, während der Markt versucht mit Hebel gegenzuwirken, was dann zu kleineren Liquidationsflasches und einer Treppe, einer abfallenden Treppe im Preis nach unten führt. Jetzt, wo wir verstanden haben, was hier wirklich passiert ist, bleibt aber die Frage, von wo kommt dieser Spot-Abverkaufsdruck, wenn es nicht die drei bestehenden Verkaufstreiber sind, die wir gerade analysiert haben, sind es vielleicht die anderen Verkaufstreiber von den sechs, die wir aufgelistet haben, oder vielleicht etwas ganz anderes, wie beispielsweise das CME Open Interest. Ein Warnindikator, auf den ich bereits vor anderthalb Wochen hingewiesen habe, der sich auch ganz klar bewahrheitet hat und abgefallen ist, und ein neuer Warnindikator, auf den ich euch heute hinweisen möchte, denn die anderen Verkaufsgrüne, die wir aktuell als Verkaufstreiber potenziell haben, wie beispielsweise der Celsius-Verkauf, die können potenziell aktuell schon im Hintergrund passieren, die habe ich auch bereits schon eingezeichnet, aber beispielsweise bei dem Verkaufstreiber der US-Regierung, die ja auch über 190.000 Bitcoins hält, hat sich bisher noch gar nichts getan. Ich habe es zwar als Tweet ironisch dazu geschrieben, stellt euch mal vor, die US-Regierung fängt jetzt auch noch an, ihre rund 213.000 beschlagnahmten Bitcoins zu verkaufen, genau jetzt, aber da hat sich bisher noch nichts getan. Ihr seht, vor zwei Monaten war hier die letzte Zahlung, Auszahlung, 160 Bitcoin, keine riesige Summe. Also nein, bis auf Celsius und potenziell die Bitcoin-Miner, die man schwierig nachverfolgen kann, ist die Liste der Verkaufstreiber aktuell noch nicht der maßgebliche Grund, warum der Bitcoin sich nach unten bewegt, sondern es kommt, wie ich meine, auf diese zwei Punkte an und beide lassen sich in einem Wort zusammenfassen und zwar Liquidität. Der erste Punkt, das CME Futures Open Interest, darauf habe ich ja bereits als es beim Peak war, dieser Tweet ist jetzt schon über 10 Tage alt, 13. Januar hingewiesen, dass das Open Interest historisch immer mal wieder lokale oder sogar das All-Time-High markiert hat. Das heißt, jedes Mal, wenn der Hebel von der institutionell bevorzugten Kryptobörse CME einen neuen lokalen Höchststand erreicht hat, hat auch der Bitcoin-Kurs einen lokalen Höchststand erreicht, ehe das Ganze wieder abgeflacht ist. Wenn wir da einfach mal live reinschauen in den Chart, können wir jetzt hier erkennen, in der letzten Zeit ist genau das passiert. Wir sind vom Peak abgefallen und der Bitcoin-Kurs ist mit weiter abgefallen. Ich habe im letzten Video auch darauf hingewiesen, hier ist noch nicht ansatzweise alles vorüber. Hier sind noch potenziell Milliarden an Open Interest, die dazugekommen sind in ETF-Antizipation, die sich noch abbauen können. Da hat sich seit dem letzten Video nämlich in Sachen Daten noch nicht viel getan. Wir sind abgefallen, es bleiben immer noch über 2,7 Milliarden Open Interest, die potenziell spekulativ sind übrig und auch noch potenziell aus dem Markt gespült werden. Aber wenn wir einen Blick in unseren Kryptomarkt werfen, also in die Liquidität beim Bitcoin schauen, dann können wir auch hier erkennen, dass das insgesamte Open Interest über, und ihr seht es jetzt hier, die letzten zwei Jahre, der Chart geht zurück bis Januar 2024, immer mal wieder auch größere Flashes hatte, bei denen das Open Interest tatsächlich gewaltig, teilweise um mehrere Milliarden in einem Flasch abgefallen ist. Ich habe euch das Ganze einfach mal hier rot markiert, die letzten Male, in denen wir das Ganze hatten. Und wir hatten Kurskorrekturen in Höhe von teilweise 34 bis 15 Prozent beim Bitcoin. Und wenn wir uns jetzt aktuell das Open Interest anschauen, ist es bereits abgefallen, aber wir haben so einen klassischen Flasch, wo wirklich der gesamte Hebel, der sich aufgestaut hat und aufgebaut hat über die letzte Zeit, rausgenommen wurde, bisher noch nicht gesehen. Das letzte Mal, wo wir das Ganze gesehen haben, war im August. Da hat sich der Bitcoin-Kurs sehr, sehr stark gehalten, muss man sagen, denn vom Korrekturniveau, obwohl es vom Ausmaß des Hebels relativ ähnlich mit diesen vorherigen Crashes und Liquidationsflashes war, haben wir hier nur eine 15-prozentige Kurskorrektur gesehen. Ich kann mir jetzt vorstellen, dass wir mit den ETFs, selbst wenn wir hier wieder im gleichen Ausmaß, sprich knapp zwei Milliarden nochmal Hebel rausgenommen aus dem Kryptomarkt, einen Flasch erleben würden, vorstellen, dass der Kurs maximal irgendwo zwischen 10 und 20 Prozent runterflaschen würde. Bei 20 Prozent aktuell, wenn man hier das bisherige vielleicht schon sogar mit einbezieht, in einen potenziellen Flasch, wären wir ungefähr bei 33.000. Bei 15 Prozent wären wir ungefähr bei 35.000 Dollar. Ich will euch jetzt hier keineswegs damit Panik machen. Es ist auch nicht zu 100 Prozent garantiert, dass das Ganze passieren muss. Ich will euch nur darauf aufmerksam machen, dass wir auch im Kryptomarkt einen extremen Anstieg in Höhe von knapp 5 Milliarden Dollar an Open Interest hatten. Der hat sich zwar auch einigermaßen korrigiert, aber es stehen immer noch über 3 Milliarden an Open Interest seit ETF-Spekulationshype dazu. Zuzüglich dann nochmal dieser knapp 2 Milliarden auf der CME-Börse sind wir da bei knapp 5 Milliarden an Open Interest, was hier, sollte es zu einem riesigen Abverkauf kommen, in einem Liquidationsflasch aus dem Markt gespült werden würde. Und wo man ganz klar sagen muss, ich habe es ja in der Vergangenheit schon erwähnt, das Incentive der Market Maker, diesen 35.000, 34.000 Dollar Bereich hier zu erreichen, weil da einfach so viel Liquidität noch liegt, ist sehr, sehr hoch. Dementsprechend werfen wir einfach mal einen Blick auf unseren Chart, den wir ja schon im letzten Video erstellt haben, wo ich für uns einige dieser Deadlines eingezeichnet habe. Ich habe jetzt hier mal ein paar kleine Veränderungen gemacht. Zum einen habe ich die GBTC-Verkäufe das Ende der Hälfte. Also wenn die Hälfte verkauft wird, habe ich im letzten Video erklärt, ein bisschen nach vorne geschoben, weil ich das Ganze nochmal nachkalkuliert habe, um zwei Tage, knapp auf den 16. Februar. Außerdem habe ich die FTX-Insolvenz hier eingetragen, die ist bereits passiert. Wie gesagt, ein positives Zeichen. Der Kurs ist jetzt hier in unseren Zielbereich und unter unseren Daily-Support-Bereich gestürzt. Ein Grund für den Abverkauf aktuell könnten vor allem die Celsius-Insolvenz-Abverkaufsbeträge sein, die jetzt hier passieren, wissen wir aber erst am Ende. Für mich steht fest, der Bitcoin kann hier auf jeden Fall und wird vermutlich auch nochmal diesen Support-Bereich zwischen 37.800 Dollar und 36.760 Dollar antesten. Hier lag die meiste Liquidität auf dem Run-Up. Hier haben wir sehr, sehr viel Zeit verbracht in Sachen Support und Resistenz viel mit diesem Bereich gekämpft. Hier müsste der Bitcoin einen Support aufbauen. Ich habe aber auch, wie ihr schon erkennen könnt, ein GBTC-Worst-Case-Szenario hinzugefügt. Und zwar habe ich einmal ausgerechnet, wie lange es dauern würde bei 10.000 Bitcoins am Tag. Wobei man aber auch ganz klar sagen muss, aktuell verkauft Grayscale deutlich mehr als 10.000 Bitcoins am Tag. Gestern alleine waren es knapp 18.000 Bitcoins. Weil einfach, wenn der Bitcoin-Preis weiter runterfällt, die Outflow-Menge aber in Milliarden eine gleiche oder sogar leicht steigende ist, die Bitcoin-Summe sich verringert. Nichtsdestotrotz, im Worst-Case würde Grayscale auf 0 runterlaufen, wovon ich nicht hundertprozentig ausgehe. Aber wir wollen ihn hier einmal darstellen. Bei aktuellem Tempo, wenn das weiter so bleiben würde, wäre das mein Rechnung zufolge irgendwann Mitte März. Also am 18. März, wie ich jetzt hier eingezeichnet habe. Wie gesagt, das Szenario muss nicht so passieren. Dafür habe ich auch nochmal eine separate Box hier angelegt. In Sachen Zielzone, wenn man davon ausgeht, dass es passiert, dass Grayscale das Ganze komplett runterrattert. Da liegt der Tiefstbereich, den ich dafür sehe, bei 31.000 Dollar. Wobei man ganz klar sagen muss, in Sachen Liquidität ist der wichtigste relevante Liquiditätsbereich hier bei 28.000 bis 26.000 Dollar, wie ihr hier am Seitenprofil erkennen könnt. Das heißt, wenn dieser Bereich hier bei 34.000 Dollar nicht halten sollte, zwischen 34.400 und 33.000, wo ja auch unser Liquidationsbereich liegt, dann glaube ich nicht, dass dieser 31.000 Dollar Bereich hier halten wird. Der ist eher hier drin, falls es zu einer Liquidationsweg kommen sollte, die dann direkt wieder aufgekauft wird und der Bitcoin hier dann sein lokales Bottom findet. In Sachen Bottom-Bereiche sehe ich persönlich zwei Bereiche. Erstens einmal hier dieser Bereich, 37.000, 36.700. Das wäre so der erste Bereich, in dem die Struktur auch noch weiterhin positiv wäre. Falls wir den verlieren sollten, was euch keiner vorhersehen kann, inklusive mir, dann wird es relativ schnell hier auf den nächsten Liquiditätsbereich 34.000 zwischen 33.000 gehen. Angesichts, wie gesagt, der Tatsache, dass wir hier so ein Liquidationscluster haben, was potenziell die Kurse noch mal tiefer drücken könnte, kann es sein, dass wir hier dann eine kleine Wicke nach unten sehen würden. Aber dann hätten wir prozentual auch im Korrekturszenario des Worst Case 30% seit der Spitze komplett ausgedient. Wenn dann natürlich noch zusätzlich ein US-Regierungsverkaufspanik-Sale kommt, kann es natürlich noch mal tiefer gehen. Aktuell würde ich aber sagen, ist 34.000, 33.000 Dollar eigentlich das Bottom, was jeder maximal antizipieren sollte. Auch strukturell, wenn wir uns das einmal hier überliegend auf dem Weekly-Chart anschauen, würde, wenn wir hier unten das Bottom sehen würden und dann potenziell hier eine Seitwärtsbewegung oder eine Aufwärtsbewegung, das strukturell nach wie vor überliegend beim Bitcoin nach höheren Tiefs aussehen und einem insgesamt ansteigenden positiven Trend, auch bei einer Verlangsamung hier runter, Seitwärtsbewegung und einem Crash runter. Jetzt muss man ganz klar sagen, unsere relevantesten Bullenmarkt-Support-Level, also einmal das 200er Moving Average und das 200er Exponential Moving Average, liegen hier im Bereich zwischen 30.500 und 26.800 Dollar. Ich kann mir aktuell, sollten wir nicht ein Zusammentreffen aller negativen Faktoren gleichzeitig bekommen oder einen potenziellen Makro-Crash nicht vorstellen, dass der Bitcoin tiefer als dieser Bereich fallen würde. Das heißt, selbst wenn wir hier die Liquidationskaskade bekommen, die wir bisher beim Bitcoin jedes Mal immer wieder bekommen haben, glaube ich nicht, dass der Bitcoin hier unter einen Bereich von diesen 30.000 bis hier irgendwo 26.000 Dollar fallen wird. Also wenn man es so sehen will, sehe ich persönlich das maximale Bottom irgendwo hier. Natürlich ist das noch ein weiter Weg hin. Ehe das Ganze eintrifft, müssen konditionell ein paar andere Dinge vorher passieren. Und dementsprechend meine persönliche Position und Einschätzung. Ich habe ja im letzten Video noch geteilt, dass ich eine kleine Altcoin-Position bei Ethereum und bei Solana aufgebaut hatte im YouTube-Account. Die wurden beide ausgestoppt. Beide leicht im Plus, leicht im Minus in Sachen Gebühren plus, minus. Aber ich kann mir persönlich vorstellen, in diesem Bereich runter von 35.000 Dollar hier wieder größere Positionen, auch in der Videoposition aufzubauen und egal wie tief wir fallen, ich werde persönlich bei meiner Hauptposition auf meinem Main-Account all diese Levels nachkaufen, auch beim Bitcoin. Wie gesagt, ich glaube nicht, dass wir tiefer als diesen Bereich hier fallen werden beim Bitcoin. Und ganz klar, es ist nicht garantiert, dass wir überhaupt so tief fallen. Das wäre unglaubliches Potenzial, wenn wir in diesen Bereich reinkommen würden. Aber aktuell kurzfristig sind die wichtigsten Bereiche, die wir uns anschauen müssen, in Sachen wie tief kann der Bitcoin fallen. Einmal 37.000 bis 36.000, wenn wir die nicht halten sollten. 35.000 bis 33.000 mit einer kleinen Liquidation-Wig runter bis auf potenziell 31.000. Das würde mir persönlich schon ausreichen in Sachen Bitcoin Local Bottom. Ich werde euch auf dem Laufenden halten, wenn ich wieder neue Positionen aufnehme. Ich habe ja auch auf meinem Twitter getweetet, dass ich hier beispielsweise kleinere Short-Swing-Positionen aufgenommen habe, die auch gut funktioniert haben. Das sind dann aber Positionen, die ich in kürzeren Timeframes halte. Da macht es keinen Sinn, die in ein YouTube-Video mit reinzunehmen. Aber natürlich auch übergeordnet gibt es hier und gab es hier sehr, sehr viele gute Short-Einstiegsmöglichkeiten. Solange ihr euer Risikomanagement vernünftig betreibt, steckt der Markt immer noch voller Möglichkeiten. Und wenn ihr das Ganze bereits auf einer anderen Börse macht und diesen Kanal unterstützen wollt, könnt ihr euch einmal mit dem Link in der Videobeschreibung auf der BitGet-Börse anmelden. Das ist die Börse, die ich jeden Tag benutze. Da spart ihr nochmal 20% aller Gebühren, seid bei knapp 0,005% Gebühren, unterstützt diesen Kanal und qualifiziert euch für das Alpha-Dojo, sobald es launcht. 100% kostlos müsst ihr nicht machen. Ansonsten freue ich mich natürlich über jede Unterstützung in Form eines Likes, eines Kommentars oder eines Abos. Und damit würde ich sagen, war es das und wir sehen uns im nächsten Video. Peace! Peace!